Musik Gute Besserung Peter. Auf Wiedersehen. Herr Hoffmann, kommen Sie rein bitte. Sie sind dran. Na und? Wie geht es Ihnen? Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, Frau Doktor. Ich fühle mich nicht so gut. Verstehe. Was fehlen Sie? Vor drei Tagen fühle ich mich sehr schwach und etwas schwindelig. Haben Sie Husten? Ja. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Ab und zu. Schmerzen. Und Fieber? Haben Sie Fieber? Ein bisschen. 37 Grad. Ich habe auch Bauchschmerzen. Oh. Es tut mir sehr leid. Machen Sie sich keine Sorgen. Was ist los mit mir, Frau Doktor? Werde ich sterben? Aber nein. Beruhigen Sie sich. Ich denke, dass Sie eine Grippe haben. Viele Menschen haben in diesen Tagen ihre eigenen Symptome. So, was soll ich machen? Sie müssen im Bett bleiben und viel Wasser trinken. Ich gebe Ihnen auch diese Tabletten. Sie müssen die Tabletten nehmen eine Woche lang. Vielen Dank, Frau Doktor. Kommen Sie in drei Tagen wieder. Natürlich, wenn Sie sich nicht besser fühlen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Ich brauche eine Pause. Gute Besserung, Peter. Auf Wiedersehen. Herr Hoffmann, kommen Sie rein, bitte. Sie sind dran. Na und? Wie geht es Ihnen? Wie kann ich Ihnen helfen? Guten Morgen, Frau Doktor. Ich fühle mich nicht so gut. Verstehe. Was fehlen Sie? Vor drei Tage fühle ich mich sehr schwach und etwas schwindelig. Haben Sie Husten? Ja. Haben Sie auch Kopfschmerzen? Ab und zu. Schmerzen. Und Fieber? Haben Sie Fieber? Ein bisschen. 37 Grad. Ich habe auch Bauchschmerzen. Oh. Es tut mir sehr leid. Machen Sie sich keine Sorgen. Was ist los mit mir, Frau Doktor? Werde ich sterben? Aber nein. Beruhigen Sie sich. Ich denke, dass Sie eine Grippe haben. Viele Menschen haben in diesen Tagen ihre eigenen Symptome. So, was soll ich machen? Sie müssen im Bett bleiben und viel Wasser trinken. Ich gebe Ihnen auch diese Tabletten. Sie müssen die Tabletten nehmen eine Woche lang. Vielen Dank, Frau Doktor. Kommen Sie in drei Tagen wieder. Natürlich, wenn Sie sich nicht besser fühlen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Oh mein Gott. Ich brauche eine Pause. Sie sollen mehr Sport treiben zu Hause bleiben mehr Obst und Gemüse essen diese Tabletten nehmen diese Tropfen nehmen viel trinken etwas abnehmen etwas zunehmen Wo tut es denn weh? Der Hals tut mir weh. Was fehlt Ihnen denn? Ich habe Kopfschmerzen Halsschmerzen Rückschmerzen und so weiter Wo ist das Krankenhaus? Wo kann ich eine Apotheke finden? Rufen Sie sofort einen Krankenwagen 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 Rufen Sie sofort einen Krankenwagen